Ja, 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 es geht wieder los. Es wird geplündert im Evi-Zentrum. Ich spiele zur Zeit viel Plünderer. Ist euch schon aufgefallen? Öfter mal wieder Plünderer, Waffenmeister. Nicht, weil ich zu gut bin für den anderen Scheiß, aber... Immer dasselbe. Conquest. Ist ja auch langweilig. Guck mal, ich hab hier gleich die M5K mit dabei. So kann das anfangen. Wo geh ich hin? Ich geh zu E. Erstmal E einnehmen. Die nehmen D ein. Ich mach erstmal E klar. Ganz alleine. Am Arsch! So ein Wichser, ey. Gibt's jetzt keinen Squad, den ich voll machen kann? So, jetzt geht's los. Wo seid ihr denn? Oh, die Squad-Kuscheln hier. Ich will noch nicht schlafen. Ich hab gerade gescheitlichen Soldaten, die sich in Probe. Kopf zu uns lassen! Granaten ist unterlegt! Kacke, da kommen sie! Schon wieder... Äh, Alter. Schmeißen die die Granaten. Geht ja mal gar nicht. Ach, hier hinten komm ich gar nicht weiter. Ach doch. Jetzt komm ich nicht durch. Ja, was sollte ich denn da machen, Leute? So ein Einstieg in eine Runde ist voll für den Arsch, ja? So ist der Platz hier brauchbarer. Lange nicht gespielt, Epizentrum. Schon gar nicht als Plünderer. Das gibt es nicht! Dieser Typ mir das geil, ne? Irgendwas mach ich gerade falsch. So, aber jetzt nochmal. Noch eine M5K. Was zur Hölle? Snipert andauernd auf mich einer. Ich seh aber keinen. Da stand auch einer. Nein! Aber wenigstens hab ich mal einen Kill gemacht. 1-3. Alter, bin ich schlecht. Ja, wenn es schon so losgeht, wie soll dat nur enden? Bin ich wieder unterwegs hier mit Gurkentruppe und Freunden. Achtung, ich hab eine Neu. Diese Bastarde sind hier! Achtung, das ist ein Session. Hey, komm, was? Ich werde dich erst abfackeln. Ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich nicht. Motherfucker. No aiming, sag ich dazu nochmal. Mit der 44er, ob ich die auch mal wieder nehme? Könnte man ja auch mal reingucken, was wir dennoch für Skills haben mit der 44er. Momentan glaube ich sowieso, ich hab gar keine Skills. Hier ist doch was Schönes. Das ist doch was für mich. Können wir vielleicht ein bisschen aufräumen. Na, nur vielleicht. Mit der 44er von rechts, ja. Da hat man mal ne geile Waffe und wird erstmal voll weggesmashed. Aber mein Team ist auch wieder recht mittelmäßig dabei. Die M-Tar. Wird das mit der M-Tar besser? Ich hoffe es. Wird das mit der M-Tar besser? Alter. Ja, wenn da 5 Mann rauskommen und man Hilfe bei Kill 99 kriegt, ja, da ist man ein bisschen angepisst. Aber nur ein kleines bisschen. G3 und los. Nein, ich werde sie erledigen. Das kam doch gerade von hinter mir, oder was? Ne, jetzt wieder vor mir? Oh mein Gott, ich seh nicht mehr durch. Überall sind Gegner. Und jetzt bin ich draufgegangen. Ja, 3-7. Ne, ihr seht es, es ist nicht schön heute. Am Arsch! Mann, 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 Mann. Was soll das nur werden? Es kann doch so nicht weitergehen. Was zur Hölle? Das geht nicht. Hä, wo steht er denn? Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass er mit seiner Magnum über mich trifft, oder was? Der sheetet doch, der überscheißt doch. Der kann sich mal seine Eier querlecken. Hilfe bei Kill, Hilfe bei Kill. War schon wieder der Vogel mit der Magnum gewesen, habt ihr ihn gesehen? Das gibt es nicht. Nur Hilfe bei Kill heute. Hilfe bei Kill. Mein neuer Name. Ich brauche keinen anderen Namen. Ich bin jetzt Hilfe bei Kill. Wie geht es bei denen ab? Was ist da los? Alles klar, die campen sich hier in die Ecke und sehen die Gegner nicht. Finde ich ja auch nice. Ja, und jetzt bauen sie hinter mir. Ist klar. Runde vorbei, wieder total abartig ekelhaft verloren, ja. Voll für den Arsch, ja. Bestimmt 130 Mal Hilfe bei Kill. 312, ja. 1008 Punkte, nichts gerissen. Alles klar. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal, Leute. Vielen Dank.